hallo schön freunde willkommen zu einer brandneuen folge minecraft ultimate ja wir bauen weiterhin noch unser keller aus wird gerade schon wieder nacht war doch erst nacht keine ahnung ich höre die ganze zeit irgendwelche sklette so es tut mir leid falls es in dieser folge etwas laggen sollte ich weiß nicht woran das hier liegt habe ich auf jeden fall mein essen weggetan so ihr seht wir haben hier schon viel arbeit geleistet und sind gerade dabei die ganzen sachen einsortieren einzusortieren kann ich nicht mehr reden so wir sind glaube ich hier stehen geblieben nach der steinverarbeitung genau und machen dann jetzt warte wo geht es weiter genau da hinten geht es weiter mit der sieben da kommt die ganze erde rein jetzt geht es das ist nicht ein ernst was macht das da drin wir hatten das da reingemacht vor allem wann habe ich das da reingemacht bin ich jetzt komplett irgendwie daneben das darf nicht wahr sein jetzt kann ich alles wieder einräumen so gut das kommt da rein so dann kommt der ganze kies das ist anders sieht der kommt überhaupt nicht hin das ist kies so und das kommt hier rein so so erde hat keiner gesehen so und die besondere erde hier noch so das kommt alles hier hin das werde ich mir niemals merken können marken so rein damit jetzt würde ich schon fast mein essen da rein machen so das kommt natürlich wieder hier hin hat jetzt schon enderman so dann das nächste hat das fertig das kann also schon mal weg das kommt auch noch jetzt her das hier oben kommt weg die kiste muss leider noch verstehen bleiben ich weiß nicht gar nicht mehr hier ist holzverarbeitung hier so daher ich habe auch schon direkt erde die kommt hier rein ich habe wieder holzverarbeitung so kiste nummer 8 die jurid an das sieht auch hier das kommt da drunter so dass die jurid das alles sieht die jurid an das sieht granit granit ob sie die an das wollte ich ja da rein tun ja wo tue ich denn das da rein wo tue ich die keramik rein erde nether end moment das sind hier keine dinge mehr stein holzverarbeitung ach ich mach das auch mal hier rein so der schnee der komplett verschieden ist sowieso so das kommt also hier rein wir haben hier also die jurid wir haben granit wir haben alles sieht wir haben das und wir haben das so das heißt die kiste ne die ist noch nicht leer so nummer 9 das ist dann das da oben das ist das glas sehr gut da habe ich gar nicht so viel da brauche ich gar nicht extra kiste für aber ist egal ich möchte ja noch irgendwie so ein schöne so eine berghütte oder sowas oder irgendwie so ein haus mit so einem schönen panorama blick voller glas das wäre doch schön so warte das kommt da rein genau das heißt die kiste kommt schon mal nein eigentlich kommt die nicht weg die bleibt genau da wo sie ist da kann auch das teil hier hängen bleiben so da kommt nur was anderes rein so dann nummer 10 sind die gerdse ach gott nee weißt du was das das holt schon mal geordnet hier raus ansonsten soll ich habe keine extra kiste für kohle nach nee das ist das bleibt hier drin so das heißt das kommt her da haben wir die kohle noch dann haben wir eisen so dann haben wir gold habe ich gar nicht so viel wir haben noch ein bisschen lag zu lieben diamanten so dann haben wir das hier wir haben dass wir haben los und staub komm her auch hier haben wir auch noch etwas das kommt so rum wir haben diesmal hatte ich habe gar keine mehr so feuer stein und das da kommt natürlich auch mit hier genau so also erstmal ganze kohle jetzt hier rein boom 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 was packen wir dann noch hierhin die zwei samen packen wir noch hierhin so dann kommt hier das eisen da kommt das dann kommt das hier soll jetzt die untere reihe ich habe gar nicht mehr so viele diamanten so die kiste ist auch lerne sehr gut die bleibt auch erstmal lehrt das hier ist richtig so gut dann jetzt haben wir noch nether die nether kiste die ist hier das ist das kommt nicht hier rein was habe ich denn hier gemacht hier so netherrack heißt das überhaupt so netherstein ja müsste eigentlich netherrack heißen so dann das da das das soul sand ja das pack ich jetzt auch einfach mal hier rein irgendjemand läuft da oben drüber grad so knochenmehl kommt nicht da rein so jetzt haben wir noch die endkiste das ist dann die so da packen wir dann jetzt das ganze zeug hier rein halt so das ist auch end pur pur da packe ich aber das eine teil wo ist das jetzt das pack ich aber dann auch da rein so ich habe noch irgendwas das soll hier noch drin oder ich habe hier genau ender crystal ich habe chorus frucht ich habe was habe ich noch von ender sachen ender auge das kommt aber nicht da rein ja sonst eigentlich nichts mehr oder redstone nee ich habe gerade schon irgendwie ein enderman hier vor mir gesehen der flug des enderman so das kommt noch hier rein sehr gut so das heißt die kiste ist jetzt auch fertig moment das wollte ich auch da rein tun den schnee den werfe ich weg aber ich traue mich jetzt nicht hier raus deshalb man geht normal von meinem bett runter gehe ich jetzt mal hier schlafen wenn jetzt ein creeper kommt genau mal so von außen ist das übrigens genau hier drüber was ist da passiert so tschüssi so das kommt da rein das kommt mal weg wer kommt denn jetzt noch stell wieder rein tschüssi mach die tür zu so ähm das heißt die kiste ist jetzt auch leer so das kommt da hin das kommt auch gleich noch hier rein wir haben hier halt so was so das haben wir jetzt alles schon mal fertig ne weißt du was dann eben schon mal direkt ich glaube ich brauche hier noch ein bisschen holz zu oder ich habe nicht mehr so viel hier unten drin 61 ne ich glaube das reicht nicht so machen wir das jetzt hier überall noch so hin hier oben natürlich auch äh hier ja ich habe mir überlegen ob ich das hier auch so hin machen soll und dann da oben noch was drauf stellen soll ob man sich obwohl ich glaube das reicht nicht sogar oder ja das ist das recht natürlich hier natürlich reicht es ja ich den kraft kriegen so äh hier noch nicht vergessen das reicht aber trotzdem das darf nicht wahr sein na obwohl doch 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 das reicht wir brauchen noch 1 2 1 das haben wir hier noch so dann akazienholz natürlich habe ich das jetzt nicht mehr ich war jetzt muss ich auch die bäume hier fällen tschüssi 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 der kasten bei mama ja direkt da hinten hier haben wir bald auch alles hier steht kein einziger kastenbaum mehr ich habe nochmal so viele angepflanzt wo ist das ganze holz von denen hin aber das haben schon verwendet für ja okay für die zuckerrohrfarben so das reicht das nehme ich mit das plant sich bei mir hier gerade noch an was nur vier stück habe ich mehr auf gesammelt so das kann sich genau hier hin vorsichtig dass da wieder so ein creeper kommt ich gehe so extra unten rein und den nehme ich jetzt auch mal mit ich habe keine sticks mehr an die haben hier reingetan ach ich bin doch so ein volldeck so ja das war jetzt einfach nur ein kleiner abstecher natürlich das war natürlich alles so geplant wie sieht das hier eigentlich so bescheuert aus na egal so das heißt das reicht eigentlich das kommt dann hier wieder rein das behalte ich mal das kommt hier okay wir machen einfach mal weiter mit dem hier jetzt war dann fängt das jetzt wieder an hier fängt es an okay ich stehe schon direkt nach vorne da kommen die waffen rein waffen habe ich hier so die ganzen waffen ist eine schere eigentlich eine waffe bei mir schon so das ist waffe pfeile ist eine waffe das ist eine waffe das ist eine waffe das ist eine waffe das ist waffe das ist waffe das 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 ist waffe das 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 ist keine waffe bin ich blind das ist waffe das 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 ja das ganze kommt hier rein jetzt natürlich habe ich das nicht geordnet wie soll es auch anders sein ich würde sagen erstmal die schwerter hier rein so das haben wir das haben wir das wollen mein altes schwert ne doch mal so ich brauche das sowieso wahrscheinlich nie wieder so dann haben wir das noch hier oder ich mache das nach den angriffs äh dingen hier ne so das heißt acht was okay dann war auch sieben das ist doch das gleiche oder na gut wir haben auf jeden fall acht so dann haben wir die spitzhacken das sind ja meine super spitzhacken die darf ich nicht verwechseln das heißt die kommt als erstes dann doch nicht dahin na doch natürlich so dann die hier wo ist meine glücksspitzhacken hier kommt hier unten hin da bin ich immer nicht vergesse so dann kommt jetzt diese ganzen scheren das ist meine schere mein feuerzeug habe ich denn die hier nicht gesehen bin ich denn blind oder was wo habe ich die ganzen spitzhacken überhaupt her so viel braucht doch kein mensch so ich habe dann noch den dreizack ich habe das ich habe das ich habe das ich habe das ich habe zwei angeln und ich habe das sehr gut und natürlich habe ich noch eine axt nach das ist aber die kaputte die kommt dann gleich wieder hier dran so dann rüstung kommt genau unten drunter feuerschutzrüstung die ähm sortiere ich aber jetzt mal so so natürlich habe ich das jetzt nicht gesehen Schild das ist eigentlich das habe ich gar nicht gesehen das ist doch Waffe eigentlich so dann haben wir das das da ist so viel Pferde habe ich gar nicht wieder bei kaputten muss ich aufpassen ich packe jetzt einfach so hier alles rein so das ist noch eine Waffe kommt hier noch rein so das heißt das ist jetzt eigentlich auch leer ne sehr gut das heißt das ja genau das kommt auch weg hier kommt später was ganz anderes hin ja ok nicht was ganz anderes aber ja ich weiß was ich meine so äh da habe ich das wieder das kommt dann noch hier hin das kommt wieder da rein so eine Kiste packen wir jetzt noch oder Moment ich mach vielleicht noch hier hinten die Decke fertig so und ja eine Kiste machen wir wirklich noch na na wenn ich soweit mache schaffe ich keine Kiste mehr Stein 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 so weg damit so als nächstes haben wir Kiste Nummer 3 und zwar Natur 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 war die Kiste hier ne da muss ich jetzt auch gucken Natur ist jetzt ich habe eine extra für Blumen ne genau da unten so Natur ist das hier ach das doch auch natürlich warte das wird das ist ja kein Schweischen äh Schweischen Art Holz ja noch nicht mehr so dann habe ich schwarzeichensetzlinge und ich habe Fischensetzlinge und ich habe Fischensetzlinge sowie Eichensetzlinge Akazensetzlinge meine ich ich habe das Pilze gehören eigentlich in die Lasagne ne äh Pilze gehören eigentlich da oben hin alles andere sind Blumen ne ok das heißt das ist die Naturkiste so bam 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 ja das andere pack ich jetzt schnell noch da oben rein ich werde aber erstmal sagen das war's dann für diese Folge die nächste Folge wird die letzte für diese Woche sein ah guck mal der ist schön gewachsen äh ja mir kann ich dazu nicht mehr sagen also bis zum nächsten Mal bis dann mit rein und ciao